Wo wohnt der Elefant bei dir? Botswana will Deutschland 20.000 Elefanten schenken. Grund? Das Bundesumweltministerium plant ein Einfuhrverbot für Jagdtrophäen, um gefährdete Tierarten zu schützen. Für Botswana ist das aber ein Problem, sagt Präsident Massisi. In dem Land gäbe es eine Überpopulation an Elefanten. 8.000 Tiere wurden deshalb schon an Angola abgegeben. Bedingung an Deutschland? Die Dickhäuter müssen in freier Wildbahn leben und die Regierung müsste die Elefanten abholen. Bleibt die Frage?